Stell dir vor, du könntest das Geheimnis des Universums enthüllen. Und wie viele namhafte Wissenschaftler schon bewiesen haben, dass die ganze Materie und alles, was mit der Materie zu tun hat, die ganze Realität, auf Basis von Frequenzen funktioniert, möchte ich dir in diesem Video die Cosmic Harmony vorstellen. Denn das ist eine Musik, eine Komposition, die die Konstruktion hinter der Materie sichtbar macht. Aber nicht sichtbar in Form von visuellen Bildern, sondern indem du die Frequenz hörst und das dann erlebst. Und dazu möchte ich dir eben diese Frequenz vorstellen. Dafür habe ich sie produziert. Ich habe sie tatsächlich schon vor langer Zeit produziert, als ich damals in meinen Anfangszeiten der Musikproduktion war, beziehungsweise Frequenzforschung, habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Spiral of the Golden Ratio beschäftigt. Und habe diese ganzen Tonleiter, die die ganze Geometrie, die ganze Natur berechnen und sozusagen formen, mich damit beschäftigt und habe dann angefangen mit Tönen zu arbeiten, mit Tonleitern, die aufeinander aufbauen, eben ähnlich der Fibonacci-Sequenz und so weiter. Und habe da ein Werk produziert, was ziemlich krass war. Habe das dann noch optimiert. Und beim letzten Seminar habe ich das zufällig auf meinen Player gefunden und dachte mir so, jetzt habe ich das Gefühl, das sollte ich den Leuten vorspielen. Und die meisten sind danach zu mir gekommen und haben gesagt, ich habe noch nie so eine krasse Erfahrung gehabt. Die meisten wollten das sofort schon auf den USB-Stick mitnehmen, weil die einfach so schön war und so eine krasse Erfahrung bei den meisten ediziert hat. Und deswegen dachte ich mir so, okay, ich bringe sie auf den neuesten Standard und optimiere sie nochmal und veröffentliche sie nun im Shop. Und das habe ich jetzt getan und sie ist ab jetzt verfügbar. Diese Frequenz hat fünf Phasen. Die erste Phase ist der musikalische Beginn. Das heißt, es fängt an, ganz leise und ganz langsam im Hintergrund eine Frequenz zu laufen, die Transzendenz indiziert. Und im Hintergrund, also im Vordergrund eigentlich, läuft dann die Frequenz so, dass die Musik sich langsam aufbaut und dich vorbereitet auf das, was dann gleich kommen wird. Gleichzeitig läuft die Golden Ratio, also dieser goldene Schnitt, baut sich mit den Tonleitern auf. Der ist aber nicht hörbar für das menschliche Ohr. Außer du hast ein sehr, sehr gutes Gehör, dann wirst du es raushören können. Dann kommt diese zweite Phase, wo ein englisches Channeling ist. Auch wenn du kein Englisch verstehst, hörst du dir einfach an. Es macht etwas mit einem. Das dauert nicht ganz so lange. Da redet dieses, nennen wir es mal Alien, und erzählt dir etwas aus der höheren Dimension. Lass dich überraschen, was das ist. Und wenn das zu Ende ist, dann hört die Musik auf und das Ganze ist zu Ende. Und dann geht eigentlich die Frequenz los. Und das ist dann der Beginn von dem goldenen Schnitt. Das heißt, dann hörst du den ersten Tonleiter, dann den zweiten, den dritten, den vierten und so weiter, wie sie sich aufbauen und gemeinsam miteinander Harmonie erzeugen. Und plötzlich wird aus einer Frequenz ein Musikstück. Und dann geht es in die nächste Phase. Das ist dann die Verschmelzung, wo diese Harmonie, die du gerade hörst, die sich auf Basis des goldenen Schnittes gebildet hat, sich dann umwandelt in Musik und in eine Musikrichtung. Die Musik, die danach kommt, ist genauso mit diesem goldenen Schnitt produziert. Und dann geht es am Schluss dann in die Endphase. Etwas sehr, sehr Schönes. Für mich eines der schönsten Frequenzen, die ich je produziert habe. Und auch eines der schönsten Abschlüsse. Du wirst am Schluss auf einer Wolke sieben, schweben und dir einfach nur denken, ich will nicht, dass es aufhört. Die Frequenz dauert eine Stunde. Und das ist ein episches Abenteuer in die musikalische Welt der Frequenzen, die Musik und Frequenzen und Natur und den Kosmos miteinander verbinden soll. Deswegen heißt sie auch Cosmic Harmony. In diesem Sinne ist es ab jetzt verfügbar. Ich wünsche dir viel Freude damit und bis zum nächsten Video. Ich wünsche dir viel Freude damit